In Wahrheit sagen Lügner die Wahrheit. Wie bitte? Doch, doch, du musst nur ganz genau zuhören. Ich vermute und ich hoffe, du fragst dich nun ernsthaft, ob ich nicht mehr alle Latten am Zaun habe. Darum lass es mich erläutern. Dies hier ist eine freundliche Erinnerung an die zwei Lieblingsverteidigungstechniken der Narzissten. Zuerst einmal das Gaslighting, bei dem dir mehr oder minder freundlich verklickert wird, dass deine Wahrnehmung niemals stimmen kann. Dumm wie du bist, irre wie du bist, egozentrisch wie du bist. Also du, jetzt du. Natürlich nicht der Narzisst, natürlich nicht der. Und dann natürlich zum Zweiten die Projektion. Projektion kennst du vielleicht sogar schon aus dem Schulunterricht. Indem das, was offenkundig auf dem Tisch liegt, an die Wand projiziert wird. Hier aber projiziert der, die das Narzisst nicht an die Wand, sondern auf dein erst verwundertes und später sehr schwer verwundetes Sein. Und zwar all die bösen Dinge, die da geschahen. Das war es ja wohl in Wirklichkeit. Du, nur du, niemand sonst als du. Also definitiv niemals der Narzisst. Immer nur du. Ja und Bo? Hey, mach die Augen auf. Schüttel den Kleister aus dem Kopf, den dir der Narzisst da reingequatscht hat. Narzissten machen Fatou. V-A-T-O-U. Fatou. V steht für Verleugnung. A ist die Attacke. Und damit reden wir automatisch über T-O-U. Täter, Opfer, Umkehr. Die drehen den Spieß einfach nur um. Sie klagen dich für das an, was sie dir antun. Bitte erinnere. Die Anklagen der Narzissten sind Anerkenntnisse. Ihre Beleidigungen sind Beichten. Ihre Lügen sprechen die Wahrheit. Der einzige Schönheitsfehler daran, sie haben euer beider Namen vertauscht. Also hör genau zu, dann weißt du, was zwischen euch läuft. Oh. Und wenn du willst, dass das endlich aufhört, dann kann dir wahrhaft geholfen werden. Melde dich. Unverbindlich. Ich versorge dich. Mit einem Toolkit gegen Narzissten. Klicke jetzt auf den Link.